Hallo zusammen, ich bin wieder im Cindy's Diner Herrlisberg Süd und habe mir gerade den letzten Special Burger dieses Jahres bestellt. Der Bacon Cheese Burger mit feinem, würzigem Käse. Ist der Bacon Cheese Burger für dich? Ja, genau. Einen guten. Merci vielmals. Dieser Special Burger darf ihr auf keinen Fall verpassen. Kommt doch noch bis ein Jahr in einem Cindy's Diner vorbei. Und von der Kahl in der Kahl in der Kahl in der Kahl